Wir sind überhaupt nicht ausländerfeindlich, wir sind ausländerfreundlich. Wir haben viele, viele Ausländer in unseren Reihen. Es geht hauptsächlich um die Ideologie des Islams, und zwar die verfassungsfeindlichen Bestandteile, die uns eine Menge Ärger machen. Und wir sagen ganz klar, alle extremen Kräfte, denen erteilen wir eine Absage, den Linksextremisten, den Rechtsextremisten und den religiösen Extremisten, die haben bei uns nichts verloren und sind noch nicht willkommen. Schaut euch an, die 57 islamischen Länder. Nirgendwo gibt es Demokratie, nirgendwo gibt es Gleichberechtigung aller Menschen, nirgendwo haben die Frauen gleiche Rechte. Und wir, wir sind mutige Bürger, die das aussprechen und die Widerstand leisten. Wir sind das Volk, die uns unser Land nicht kaputt machen und die Gewalt gegenüber deutschen Bürgern, die ist viel, viel größer von ausländischen Tätern, als wir es wissen. Alles von der Presse... ... ... ... ... Vielen Dank.